aber es dauert hier wieder viel zu lang, weil ich keine Headshot kann ok, jetzt bekomme ich nichts mehr, ah doch wow wow, hier abgeht Mann, Mann Ah, cool, warte mal, jetzt zahle zahle Ah ne, Gronkh Ne Mach ich doch nicht Das ist der Gronkh, der hat eine eine andere Waffe, ich suche den Sarah, Sarah kann ich ihm das geben Hat er Munition Weil ich brauche sie nicht Ich habe keine Ah, die stehen hier draußen Dann werfe ich ihm das da mal persönlich da vorne hin Vielleicht nehme ich das an, ich weiß nicht Vielleicht sagt er nein danke, er will selber fahren Mir egal Geht's hier ab, oder was? Hi, hi Wir sind Freunde, wirklich keine Angst Hallo Hallo Oh Mann, wie es hier abgeht Du kennst uns da, wir ganze Crew sozusagen Da ist das Sarah, ich will ihm gern was geben Aber Ahnung, wo war das der? Ich weiß gar nicht Aber Aber richtig Belagerung Wie krass ist das denn? Kann ich das auch so weg? Ne Muss ich so Rough styles, rough styles Und wer war das? Let's play uncle Ach ja Wie es ist zusammen Wie es ist zusammen So Boah 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 Als 77 Ich hab das jetzt mal mit der Blüterei aufhört Boah Ich würde es ein ganz Sarrazar geben Geht ab hier. Let's play, Onkel. Alter, wie kratzvoll, Mann. Oh mein Gott, war das so ein kleines Kind. Krass. Was, pass auf, hier wirft jemand Granaten. Oh, gefährlich. So, die Lärm. Huhu, schreibt's, wie nett von ihm. Begrüßt wieder den anderen Spieler. Ah, schon krass, wie sich jetzt... Ich glaube, der Server ist rammelvoll. Da geht nichts mehr drauf. Ich weiß gar nicht, was für einen Slot der Server hat. Ich glaube, 32. Oh ne, Ameisen23. What the fuck, wie geil ist das denn? Ich hoffe, dass der natürlich nicht so ausrastet wie... Ich habe was für dich, Sarazza. Warte mal. Mitkommen, Sofie, bis zum Abend. Okay. Gut, viel Spaß. Wir sind weg. Erstmal. Braucht er das oder braucht er es nicht? Keine Ahnung. Warum bin ich eigentlich immer noch so verblutet? Ich weiß gar nicht. Ich meine, immer ein Bandage. Kann ich nicht nehmen. Super. Sie Paduren noch so an. flaut sein. Ich weiß gar nicht mehr. Saturday auf 2022 ist eine lange Zeit. Überall meinbereben. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Herzlich driver ist technisch geadoresht. So, kurze Unterhaltung mit dem Tobi, weil ich brauche die Shotgun-Munition nicht, wie gesagt, und ich bin nett, und da gebe ich das mal ab. Und dafür habe ich Leder gekriegt, sehr nice. Ähm, äh, was ist das? Eine Kiste? Hm, komisch, leer. Ähm, nein, da. Oh Mann, ob ich das irgendwann noch hinbekomme? So, ähm, so. Bisschen quetschig, eng, aber passt. So, wieder 26 Metal-Ohr, 10 Sulfur, 43 Stein. Und vom Tobi, dank 14 Leather. Perfekt. Aber Lederkleidung muss ich leider, bringt mir noch nichts, weil ich, ähm, kein, ähm, kein Rezept dafür habe. So, ähm, ähm, äh, Braunstein und Holz. Und dann craften wir uns mal noch ein paar Arrows. Tü-tü-tü-tü-tü, bei, äh, Amo, Arrows. Mal 10. Oh, 24 Sekunden, aber ganz ehrlich, wenn ich das nicht hätte, äh, wenn ich die Workbench nicht hätte, boah, da würde es wahrscheinlich drei-, vierfache dauern, bis man da irgendwas hinkriegt. So, perfekt. Ähm, das da rein, das da rein. Ich frage mich, wann das weggeht, das Blutgezeug. Ob es gar nicht weggeht, oder da ist es so ewig, ich habe keinen Plan. So. Dun, 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 dun. Ah, fleißig am Bauen sind sie, fleißig am Bauen. Hm, ich frage mich, wo Kyrie und so sind. Aber ich glaube, die sind da oben. Ich gucke mir einfach mal vorbei. Kann ja nicht schaden, denke ich nicht. Da sind ja nette Jungs, schießen mich bestimmt nicht ab. So, der Le. Wupp, hallo. So. Geh mal hier lang. Okay. Das ist schon ein mega Fail. Ich glaube, die sind da oben. Da ist eine Hütte. Zap. Oh, okay. Hier geht's hier hoch. Ja. Mal schauen hier. Hier ist eine leere Shelter. Da ist nichts drin. Ja. Wo sind denn die alle? Keine Ahnung, wo die sich alle rumtreiben. Da sind welche. Ja. Ich würde gerne wissen, wo die sind. Jetzt würde er... Oh nein. Dann würde ich. Ich bin nur krank. Stein, 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 Stein. Stein, Stein, Stein. Ach, die Steine sind so selten, wenn einer farmt. Da vorne ist ein Stein, Stein. Perfekt. Gehe ich links mal wieder zu den Zombies. So. Und packen wir mal weiter. Boah, wie lange dauert das noch mit dem Blut? Das ist ja echt ätzend. Wer es nicht verbunden hat. Geht jetzt schon. Ein Wolf. Ich brauche Holz und eine Headshot. Zwei Wood immer. Ein Wood immer. Ist halt blöd, wenn man keine... Hier braucht man eigentlich für eine... Stone Headshot, da. Oh, kann ich schon bauen. 20 Sekunden, perfekt. Und wenn man craftet, dann läuft man langsam. Und kann nicht viel machen. Doch, das kann ich schon noch machen, aber... Man bewegt sich extrem wie eine Schnecke und geht nichts mehr voran. So, dann machen wir das mal hier auf Platz 5, Platz 4 und Platz 3, Platz 2 und die Stone Headshot auf 1. 1, so. Da geht es nicht ganz angenehmer. Wunderschön. Ich hoffe, dass ich das jetzt echt überlebt habe. Hier läuft irgendjemand. Keine Ahnung, wo das ist. Ein ganz normaler Bär. Und da oben denke ich mal wieder, dass das die Zombie-Bären sind und die Zombie-Wölfe. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und ich hoffe, dass ich jetzt um einiges erfolgreicher bin. Äh, die letzte Runde. Äh, die letzte Jagd. Ach ja. Das waren dann... Macht das sowas von Spaß. Okay, ist hier jetzt keine... Oh, wo sind die hin? War da einer gerade farmen? Ich gehe mal kurz hoch. Reds habe ich noch 0. Wo habe ich... Wo habe ich noch Radiation 0? Spinn da irgendwas? So, herzlich willkommen zurück. Und wie ihr seht, der Server down. Und da killt mich der Kuchen. Was soll die Scheiße? Keine Ahnung, ich würde ihn gleich jetzt mal anschreiben. Und werde ihn natürlich, ähm... Niedermachen. Ist ganz klar. Unmöglich, ey. So was. So was hasse ich. Boah. Ohne Witz. Echt schlimm. So, nicht bewaffne mich. Tut's mir aber echt leid. Ey, ganz ehrlich. So kann's nicht sein. Dreckskuchen, ey. So. Aber volle Attacke. Gehe ich mein Zeug wieder zurück. So. Da kenne ich keinen Spaß bei sowas. Ganz nett hier spielen. Und dann werde ich hier abgeballert. Und ich hatte gutes Zeug dabei. Kann nicht sein. So. Das ist jetzt leider dem hinterher. Wenn es der Kuchen ist. Ich weiß nicht, ob es der Kuchen ist. Wer ist denn das? Warte weit. Okay. Alter, das kann nicht sein. Okay, jetzt bin ich irgendwo. Shit. Einer, was sollen die Scheiße von denne? Killen mich. Da habe ich natürlich keine Waffe. Hm. Gras. Und ich spawn halt. Neben dem. Okay, ich muss in die andere Richtung auf jeden Fall laufen. Oh Mann. Alte Bären. Alles voll. Ey. Das tut mir da echt leid. Aber gut. So ist das Spiel. So. Oh nee. Ach Mann, nee. Ey. Ich frage jetzt einfach ganz nett, ob die mir das da wieder geben. Aber ganz ehrlich. Was sollen die Scheiße? Ich lasse mich jetzt einfach töten und spawner im Camp. Aber ich glaube, das ist nur mal vier Minuten. Boah, wie es mir jetzt richtig ankotzt. Ich glaube, das ist nur ein bisschen durch die Richtung laut. Weiß ich gar nicht. So. Abgehängt. Let's go. Okay. 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 Vielen Dank.